Liebe Mitglieder der Universität, ich freue mich ganz herzlich, Sie begrüßen zu dürfen. Heute das erste Mal wieder aus meinem Büro seit dem Beginn des Präsenznotbetriebs am 20. März. Ich fahre auch heute Abend wieder nach Hause und werde nicht oft an der Universität sein. Unsere Bemühungen, die Pandemie einzuschränken, einzugrenzen, sind ja ganz gut gelungen, soweit man das den Verlautbarungen der Bundesregierung entnehmen kann. Es ist aber genauso wichtig, dass wir sie über die nächsten 14 Tage auch noch aufrechterhalten, auch wenn wir dort in der Stellungnahme der Bundeskanzlerin und der Ministerpräsidentinnen der Länder Anzeichen lesen können, dass vielleicht danach die Situation für alle wieder etwas leichter wird. Nichtsdestotrotz werden wir das Sommersemester, den Vorlesungsbeginn heute am 20. April, auch starten. Viele der Vorlesungen sind digital aufgezeichnet und ich denke, wir werden in einen ganz guten Online-Lehrbetrieb übergehen können für dieses Semester, den wir auch ganz in diesem Semester durchziehen wollen. Ich hoffe, dass Sie alle gesund sind, dass Sie diese schwierigen Zeiten mitmachen, kann ich beobachten. Vieles funktioniert auch aus dem Homeoffice heraus, auch wenn Telefonkonferenzen etwas mühsam sind und sie nicht zu meinem größten Vergnügen gehören. Ich möchte mich bedanken bei Ihnen, dass Sie diese Zeit so mitgemacht haben, diese doch schwierige Zeit für eine Uni, die einen großen Präsenzbetrieb gewöhnt ist und hoffe, dass es Ihnen gut geht. Ich darf jetzt an die Kollegin Frau Christine Arendt übergeben. Danke. Ja, danke schön. Das Sommersemester 2020 und dessen Vorbereitungen sind auch für unsere Forscherinnen und Forscher eine außergewöhnliche Zeit. Innerhalb kurzer Zeit mussten Sie entscheiden, wie Sie Ihre Anlagen, Experimente und Feldstudien in den Präsenznotbetrieb umstellen können. Vieles wurde heruntergefahren, eingepackt oder auch verstaut, aber vieles lief auch weiter. Große Ausnahmen sind jene Projekte, die sich zum Kampf gegen Corona einsetzen. Und davon gibt es in der TU Berlin einige. Zum einen ein Projekt, was die Proteinstrukturen von SARS-CoV-2 untersucht. Ein anderes entwickelt eine Corona-App. Die Filterwirkung vom Mund- und Nasenschutz wird untersucht. Und nicht zuletzt ein Projekt, was aus Mobilitätssimulationen die Verbreitung des Covid-19-Virus untersucht. Auch die TU Berlin fördert solche Projekte schnell und unbürokratisch aus der Forschungsförderung. Diese Anschubfinanzierungen zeigen, wie wir im Kleinen agieren und große Wirkung entfalten können. Unsere Forscherinnen und Forscher haben die vielen abgesagten Termine, Tagungen und Reisen nicht nur genutzt, um die Lehre digital vorzubereiten, sondern sie haben sehr viele Forschungsanträge geschrieben. Wir haben den Eindruck, mehr als sonst in der vorlesungsfreien Zeit. Wir bemühen uns mit allen Mitteln, den Forschungsbetrieb zu fördern. Und dazu gehören auch die Neuberufungen von Professorinnen und Professoren. Die Berufungskommission und die Kandidatinnen und Kandidaten haben sich auf die digitale Arbeit eingestellt. Und das in ausgesprochen guter Stimmung. Dafür bin ich Ihnen allen sehr dankbar. Was wir gerade erleben, ist kein Stillstand, sondern ein anderes Arbeiten. Ich bitte Sie alle in Ihrer großartigen Unterstützung und Miteinander festzuhalten. Lassen Sie uns weiterhin gemeinsam diese Situation bewältigen und die Universität voranbringen. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Start ins Sommersemester. Und jetzt spricht zu Ihnen mein Kollege Ulrich Heiß. Liebe Mitglieder der TU Berlin, auch von meiner Seite herzlich willkommen zum digitalen Sommersemester 2020. Die Kolleginnen und Kollegen haben in den letzten Wochen Erstaunliches geleistet, ca. 1500 Lehrveranstaltungen online zur Verfügung gestellt. Das war ein einmaliger Kraftakt. Und ich möchte mich an der Stelle bei allen Dozierenden herzlich bedanken. Aber nicht nur bei Ihnen, sondern auch bei denen, die im Hintergrund organisatorisch gewirkt haben. Das heißt, die Fakultäts-Service-Center, die Referentin für Studium und Lehre, die Datenschutzbeauftragte, InnoCampus, das Online-Lehre-Team, die Zentraleinrichtung Campus Management und auch die Personalräte. Hier gab es eine hervorragende Zusammenarbeit, trotz aller Schwierigkeiten mit Homeoffice und so weiter. Wir haben im Wesentlichen zwei Formate vorgesehen in der Lehre, nämlich die Asynchronen. Das heißt, es wurden Lehrvideos erstellt, im Homeoffice auch, die von den Studierenden runtergeladen werden können. Und ergänzend dazu gibt es dann die Synchronen-Formate, wo sich Lehrende und Lernende dann im Rahmen einer Videokonferenz treffen und auch dann ein Dialog stattfinden kann. Hier sind wir froh, dass es uns gelungen ist, nicht nur WebEx, sondern auch Zoom als Cloud-Lösung verfügbar zu machen, sodass wir glauben, gut gerüstet zu sein, auch dieses Sommersemester mit der großen Bandbreiten und Serverlast stemmen zu können. Herzlichen Dank nochmal an Sie alle. Drücken Sie uns die Daumen, dass alles gut klappt. Und jetzt übergebe ich an meine geschätzte Kollegin Angela Ittler. Liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, liebe Studierende, die aus dem Ausland zu uns gekommen sind. Als Vizepräsidentin für Internationales ist es mir ein ganz besonderes Anliegen, Sie hier aus dem Homeoffice begrüßen zu können. Die TU Berlin ist eine internationale Universität mit 26 Prozent ausländischen Studierenden und vielen Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftlern, die aus dem Ausland zu uns kommen und hier zu forschen und zu lehren, bemühen wir uns schon seit Jahren, gute Bedingungen für die Aufenthalte zu schaffen. Wir sind uns sehr bewusst, dass diese Zeit eine ganz besondere Herausforderung für uns alle bedeutet, aber auch besonders für Sie, weil Sie manchmal nicht wissen, wie Sie Ihr Studium bewältigen können oder Ihre Forschung weiter betreiben können unter den besonderen Bedingungen. Wir bemühen uns, sehr viele virtuelle Angebote anzubieten. Wir bemühen uns, zweisprachige Informationen bereitzustellen und Beratungsangebote speziell auch für die Herausforderungen unserer internationalen Mitglieder bereitzustellen. Wir hoffen, dass Sie diese wahrnehmen können und wünschen Ihnen ganz, ganz viel Erfolg in diesem Semester. Wir danken, dass Sie da sind. Wir freuen uns, dass Sie weiterhin zur Internationalität unserer Universität beitragen. Das wissen wir sehr zu schätzen und wünschen Ihnen ganz alles Gute und viel Erfolg. Liebe Mitglieder der TU Berlin, ich freue mich ganz herzlich, auch im Namen der gesamten Verwaltung, der zentralen Universitätsverwaltung, Sie herzlich in diesem ersten Online-Semester Ihren Präsenznotbetrieb begrüßen zu dürfen. Auch wir in der Verwaltung haben alles drangesetzt, so viele Prozesse wie möglich digital umzustellen, damit wir auch in diesem Präsenznot-Semester alles für Sie tun können, alle Dienstleistungen erbringen können, so gut es eben geht. Dafür möchte ich mich herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die mit sehr viel Engagement, mit sehr viel Kreativität und in sehr kurzer Zeit viel dafür getan haben, dass wir weitgehend funktionsfähig bleiben und unsere Services anbieten können. Ich wünsche Ihnen persönlich für dieses Semester alles Gute, hoffe weiter auf das Engagement aller Mitarbeiterinnen, der Lehrenden und der Studierenden, dass wir aus diesem Semester das Beste machen können. Dafür danke ich Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute. Dann bleibt mir nur noch jetzt, Ihnen alles Gute zu wünschen. Halten Sie die Situation durch, haben Sie ein gutes Sommersemester 2020 und bleiben Sie gesund. Danke.